Ein herzliches Hallo und Willkommen hier auf kagelstrading.de Ich sitze heute wieder ein bisschen höher, falls ihr es seht, denn ich möchte euch in diesem Video ein paar wichtige Dinge mitgeben, euch aber auch wieder einen Live-Trade hier auf unserem kleinen Echtgeil-Konto zeigen und ja, bis gleich nach dem Intro Mein Name ist Philipp, ich bin der zuständige Trading-Ausbilder bei kagelstrading.de und als allererstes möchte ich euch meine Nummer einblenden, ihr könnt mir hier all eure Fragen rund ums Thema Trading oder auch über unsere Produkte wie den Signalen oder der Ausbildung stellen Ihr dürft mir gerne per WhatsApp schreiben oder ihr ruft mich einfach an Ich bin normalerweise täglich von 9 bis 19 oder 20 Uhr erreichbar Wenn ihr mich nicht erwischt, dann hinterlasst mir einfach eine Mailbox-Nachricht und ich rufe euch zurück Dieses Video, das ich hier aufnehme, hat überwiegend zwei Beweggründe oder auch zwei Zwecke Zuallererst ist mir ganz, ganz wichtig, dass ihr natürlich auch seht, dass ich nicht nur schlau daherrede ja, ich könnte euch ja jeden Quatsch erzählen sondern eben auch, dass ich tatsächlich nutze, was ich hier erzähle und damit auch Erfolg habe Ich denke, es ist wichtig, dass ihr etwas von der Performance von mir seht und das auch nachvollziehen könnt Deswegen werden alle Trades, die ihr bereits gesehen habt und die ihr weiterhin sehen werdet live auf einem Echtgeld-Konto getraded Ich habe den Trade, den ich euch heute zeige, zuallererst mal live gestreamt Den Einstieg und auch das Order-Management, also wie ich die Position Break-Even gezogen habe zum Beispiel, jeweils in einem Livestream von einer Stunde Damit ihr diese Livestreams nicht verpasst, unbedingt diesen Kanal abonnieren Und ganz, ganz wichtig, die Benachrichtigungen aktivieren Das ist sehr, sehr wichtig Ihr bekommt dann eine Push-Benachrichtigung auf euer Handy Wenn wir zum Beispiel mit einem Trade live gehen Dann könnt ihr das Ganze auch wirklich nachvollziehen Könnt auch jederzeit Fragen stellen Und ich werde sie euch beantworten Warum mir dieses Live-Trading wichtig ist, hat zwei Gründe Zum einen natürlich, wie ich es bereits gesagt habe Ihr sollt auch sehen, dass ich nicht nur quatsche Wenn ich hier nur Demo-Trading betreiben würde Oder hier irgendwas zusammen manipulieren würde Dann wäre es so, als wie wenn ich Fahrschullehrer wäre Ohne eigenen Führerschein Das ist Blödsinn und ich würde so einem auch nicht vertrauen Ich möchte das anders angehen Ich möchte euch eben mit diesem Live-Trading Eben auf diesem Konto zeigen Was zuallererst möglich ist auf so einem Konto Wie meine Performance ist, wie ich vorgehe Und dass es alles auf Echtgeld ist Ihr werdet bei uns hier niemals Demo-Trades sehen Und das ist auch der zweite Grund, warum ich diese Videos mache Ich möchte, dass ihr ein bisschen darauf achtet Wer euch was zeigt Achtet doch mal bei diesen tollen, großen Kanälen Und bei diesen tollen, wahnsinnig erfolgreichen Trades darauf Ob euch irgendwie gezeigt wird Dass es sich auch um ein Live-Konto handelt Bei Metatrader ist das relativ leicht zu erkennen Guckt doch mal, ob ihr die Metatrader-Nummer seht Da ist immer ein Demo vorn dran Wenn es ein Demo-Konto ist Und ich bin mir ziemlich sicher Dass so gut wie 90% das einfach wegschneiden oder überdecken Ein Live-Konto hat immer live in eckigen Klammern stehen Mit dem zugehörigen Broker Und dann im Anschluss die Metatrader-Nummer Überzeugt doch mal diesen Kanal Den ihr da zum Beispiel guckt Und der angeblich so riesen tolle Trades aufweist Dass er mal nur die letzten 6 Stellen Seiner Metatrader-Nummer verdeckt Und somit wäre der Rest ja einsehbar für euch Dann ist das schon mal der erste kleine Beweis dafür Dass es ein Live-Konto ist Ihr solltet nämlich wissen, dass auf Demo-Konten Die ESMA-Regulierungen nicht greifen Das heißt, wenn ihr ein Demo-Konto öffnet Dann ist auf diesem Demo-Konto immer noch Der alte Hebel und die alte Margen-Regulierung vorhanden Das heißt, ihr könnt mit weniger Kapital Viel größere Volumen handeln Das heißt, die Zahlen, die da ticken Sind einfach viel, viel eindrucksvoller Das halte ich aber für einen wahnsinnigen Bullshit Und auch für eine Gefahr für das Trading Und für die Trader Denn es ist bekannt, dass einfach 80% der Trader Viel zu wenig Kapital aufwenden Und in den 90 ersten Tagen pleite gehen Wenn du das nicht willst Wenn du es wirklich lernen willst Und du siehst hier, dass es funktioniert Und das werde ich dir im Folgenden auch gleich Mit dem Live-Trade zeigen Dann gibt es zuallererst mal die Option der Ausbildung Wir haben aktuell den FX-Basic-Kurs Das ist unser Videokurs Da kannst du wirklich lernen, wie es funktioniert Mit einer Strategie, die es nur bei uns gibt Und wir haben in nächster Zeit Seminare Du kannst von uns live lernen In 1, 2 und 3 Tage Seminaren In deiner Nähe Termine findest du auf unserer Webseite Wenn du zusätzlich Unterstützung brauchst Oder wenn du einfach schneller vorankommen willst Dann empfehlen wir dir unsere Signale Du findest zum einen mal die Day-Trading-Signale hier oben Und die Swing-Trading-Signale in der Beschreibung Alles zusammengefasst Alles für dich Und das ist sehr, sehr wichtig Ist testbar 1, 7, bzw. 14 Tage Wenn du sie nicht mehr haben möchtest Dann reicht eine formlose E-Mail ohne Grund an uns Und wir kündigen dein Aber sofort Und du bekommst keine Folgenkosten aufgerechnet So, hören wir auf mit dem Zeug Reden wir von unserem Live-Trade Ich habe den US-Dollar-Franken Als letztes Währungspaar In meinem Sonntagsausblick besprochen Wir hatten den EURUS-Dollar auf Short Super Trade 60, 70 Pips im Gewinn Easy Wir hatten den US-Dollar-Yen 70, 80 Pips auf Short Super Trade Wäre ebenfalls sehr, sehr geil gewesen Und den US-Dollar-Franken Das war der schwierigere Trade von diesen drei Den habe ich auf TradingView live gehandelt Ich zeige dir jetzt als allererstes den Einstieg Und auch das Order Management Dass du siehst, wie ich hier live vorging US-Dollar-Franken eingekauft Wir können uns das mal Daily Chart noch ansehen Gucken wir mal ein bisschen weiter hier Und hier haben wir ein paar Sachen Die sind ganz interessant Zum einen Mal haben wir hier Einen ständigen Kerzenwechsel Eben schon in diesem Zwischenbereich Ich zeige dir jetzt zum Abschluss nochmal kurz und knackig Wie meine Analyse war Und was bei diesem Trade ein bisschen tricky war Und vor allem auch Ob er im Gewinn und Verlust war Zuallererst habe ich wieder Auf einem Widerstand gehandelt Wir sehen hier ein paar verschiedene Sachen Die sehr, sehr wichtig sind Wir sehen hier den Kurs ständig abprallen Auf diesem Niveau Das heißt, dass in diesem Bereich Was wichtiges sein sollte Wir sehen hier, dass der Kurs durchgeschossen ist Aber für mich heißt das gleichzeitig Dass wenn der Kurs wieder korrigiert Dass er sich auf diesem Niveau hier fangen wird Und das tut er aktuell Ich habe leider Und das war der Fehler dieses Traders Das zeige ich dir gleich noch im kleineren Timeframe Den TP etwas zu tief angelegt Und habe somit Gewinn verschenkt Ich wurde nämlich am Stop-Loss ausgestoppt Und wurde Ja und das zeige ich dir gleich nochmal Ich schalte dazu mal in den Stundenchart Hier ist das Ganze wesentlich interessanter Weil man einfach ein paar mehr Kerzen zur Analyse hat Wir haben jetzt folgendes Szenario Wir sind hier oben abgeprallt Und hier oben erfolgte auch mein Short-Einstieg Wir hatten hier die erste Bewegung raus Hatten hier nochmal auf diesem Niveau wieder Ich kann es nochmal einzeichnen Auf diesem Niveau hier circa Die erste Reaktion bereits Wo wir zurückgewiesen wurden Hatten dann hier einen sofortigen Verkauf Ganz ganz wichtig Zack zack und runterfallen Und das hier oben war dieses Niveau Was du vorhin gesehen hast Mit Gewinne werden abgesichert Ja das ist ein eindeutiges Verkaufszeichen Von den Kerzen her Und heißt okay Hier auf diesem Niveau wird verkauft Hier kann ich meinen Stop anlegen Der liegt relativ sicher Genau das war der Fall Stop-Loss angelegt Wir hatten einen Fall raus Wir hatten dann hier das erste Antesten Nochmalige zurückweisen Was wesentlich tiefer war Als das vorherige zurückweisen Und wir sind dann hier durchgebrochen Das war gestern Abend um 0 bzw. 1 Uhr Ich habe dann hier dieser Kerze Meinen Stop-Loss hier angelegt In diesem Bereich Und bin ins Bett gegangen Was jetzt passiert ist Ist dass der Kurs massiv nochmal gefallen ist Und leider ein paar Punkte Vor meinem TP umgedreht hat Und wieder zurückgegangen ist Korrigiert hat Und mich dann hier oben ausgestoppt hat Ich habe mit diesem Trade Ja man sieht es ganz deutlich Und hier mit diesem Spike Mich hier auf diesem Niveau ausgestoppt hat Ich habe mit diesem Trade 42, 43 Euro Gewinn gemacht Das ist der dritte Trade Wir haben bis jetzt nur Gewinne Also irgendwann wird auch mal ein Verlust kommen Das werdet ihr natürlich hier auch live sehen Ihr werdet hier bei mir jeden Trade Egal ob Gewinn oder Verlust sehen Und ich werde euch auch in Zukunft Den Verlauf und die Kontoentwicklung zeigen Aktuell ist es noch relativ unspektakulär Wir haben erst 3 Trades 3 Gewinne Könnt ihr euch selber ausrechnen Was das an Gewinn war Und wie das aktuell aussieht Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit Ich hoffe euch gefällt was ihr hier seht Ich würde mich auf alle Fälle Über ein Like und einen Kommentar freuen von euch Wie ihr das Ganze einordnet Habt ihr Bock mehr Live Trading zu sehen Dann versuche ich das Ganze technisch Noch besser aufzusetzen Dass ihr hier noch mehr Einblick bekommt Und ja ich würde mich aber auch sehr sehr freuen Wenn wir uns demnächst in einem unserer Seminare sehen Für die Ausbildung Das nächste Seminar ist im November in München Links und auch das Produkt findet ihr dazu Auf unserer Website unter Traden lernen Unter Seminare Und ihr könnt hier gucken was demnächst ansteht Wir finden sicher auch einen Schulungsort bei euch in der Nähe Und ich hätte wahnsinnig Lust darauf Dass auch ihr bei uns dabei seid Ich bin mir sicher Ihr lernt bei uns sehr sehr vieles Mir ist wichtig dass ihr vor allem eine gesunde Entwicklung macht Eine gesunde Einstellung zum Traden entwickelt Und hier auch möglichst gut vorankommt Mich hat gefreut dass ihr wieder da wart Wünsche euch eine geile restliche Woche Vergesst nicht den Sonntagsausblick Der ist momentan ja mehr als 100%ig Ja gucken wir mal ob wir das nächste Woche halten können Und bis dann Euer Phil von Cargistrading.de